Ich habe nicht gesagt, dass ich aufgehend war. Ach so, ja, aber du hast keine Ahnung gehabt. LOL. Yo, Leute, was geht ab? Euer Beats. Heißt euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Welcher YouTuber ist das? Heute natürlich wieder mit Justin und mit einem Special-Thema. Wir kennen heute YouTuber an den Videotiteln. Yo, Leute, was geht? Moin, moin, alles klar. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lang, äh, ja, drumrum, sondern beginnen direkt die ganze Scheiße. Justin, klick auf meinen ersten Link. Okay. Genau. Nicht lachen, Challenge plus Mini-Bestrafung. Schrägstrich und dann kommt der Name des YouTubers. So, okay. Oder gerade Strich, kein Schrägstrich. Yo. Das könnte ja auch so gut wie jeder sein. Ja, gut. Ich will ja jetzt nicht pushen, aber du hast es schon ein bisschen extremer gemacht. Halt der Maul. Bei Justin kommt natürlich noch eine andere Folge, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja. Zeig mein Kanal aus, erst der Geilste auf YouTube. Ja. Nachweine. Ähm. Frühestens. Ist das BullshitTV? Nope. Nee, BullshitTV würde ich nicht machen, Mini-Bestrafung. Das würden nur irgendwelche Gays machen. No offense. Ähm. Bibi? Nein. Taggi? Halt dein Maul! Ja, Taggi? Nein. Ja oder nein? Nein. Ja. Ärgerlich. Doch, ist Taggi. Du hast mal geraten. Ich hab die nicht mal abonniert. Guck. Hab nicht mal irgendwas von ihnen mitverfolgt. Ah. Nice. 1 zu 0. Okay, dann klicke ich jetzt auf dein erstes. Ja. Mega Action auf neuen Skywars Maps. Jo. Das ist, äh, boah, warte mal, wer hat das gemacht? Nee, die, warte mal. Ich glaub, die Buddies haben das nicht gemacht. Die haben das anders gemacht. Mega Action auf neuen Skywars Maps. Äh, Pat? Nee. Oh, das ist schwierig. Ben? Nein. Die Buddies? Nein. Boah, ja, keine Ahnung. The Beats. Dein Ernst? Ja. Als ob ich das selbst war. Ja. Mega Action auf neuen Skywars Maps. Lol. Wann war denn das? Ist das schon länger her? Ja. Ach, das ist schon länger her? Ja. Ach so, ich hab das jetzt, äh, verglichen mit den, äh, neun, die jetzt vor kurzem rauskamen, die zwölf, und deswegen dachte ich ja, okay, ich bin alles durchgegangen, aber ich hab da nichts zu gebracht zu den neuen Skywars Maps. Oh, man, deswegen hab ich das, ach, alter, das war fies, Mann, das war richtig fies. Aber na gut, klicke mal auf mein zweites. Ja. Fünf Arten von Internet-Rambos, das ist Inscope, das hab ich gesehen. Scheiße. Na, fuck's mal. Mir steht jetzt 2-0, ne? 2-0, ja. Oh, Beats. Okay, dann klicke ich jetzt auf dein zweites. Richtig lächerliche Team, Minecraft-Badwurst, das ist wahrscheinlich... GLP? Wegen einem Stern? Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, als ich das gemacht habe, hab ich gedacht so, ja, vielleicht fällt dir Starzahn nicht auf, aber ja. Ja, ohne wäre es wieder wirklich viel zu schwierig gewesen. Ja, 2-1. 2-1, okay. Du bist jetzt dran mit meinem dritten, mein Freund. Ja. Unsere lebensbedrohlichsten Situationen. Ja. Keine Planen. Wer schreibt denn solche Titel? Andere Leute würden das so voll in Caps schreiben und so. Hm. Ich hab gar keine Ahnung, weiß ich nicht. Ape Crime. Ich hab nicht gesagt, dass ich aufgehobacht habe. Ach so, ja, aber du hast keine Ahnung gehabt, Alter. Ja, ich hatte es auch nicht erraten. Okay, egal. Null Punkte. Ich dachte, ich dachte, du willst jetzt aufhören. Ich hab keine Ahnung, so. Ich hatte ja noch irgendwelche Names gedroppt, aber ich hätte es nicht erraten. Ah, okay. Dann ist ja gut. Okay. So, dann bin ich jetzt dran mit deinem letzten, ne? Pseudo-Inversion. Sieg, Giel, Ritual. Also, du gesteigst 2-1, ne? 2-1 für dich. Ich kann jetzt ausgleichen. Minecraft Rise. Ja, gut. Wenn ich wüsste, wer in Minecraft Rise drin ist, dann würde ich natürlich jetzt bessere Chancen haben. Pseudo-Inversion. Du wirst es eher raten. Wahrscheinlich, äh, äh, Spark of Phoenix. Nope. Dann LP mit Kev. Nein. What the gosh. Debitor? Ja, oh nein. Also. Du errichtest es nicht, schade. Wirklich? Ja, ja, war knapp. Ohne Witz? Ja. Ich trau dir nie, Alter. Ja, das ist ja, das ist ja. Was? Nein. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Checkt jetzt ansonsten den lieben Justin in der Beschreibung ab. Erster Link. Ciao. Haut rein. Euer Beatz. Ciao.